Ja, Metteleute und ein herzliches Willkommen zurück, nicht beim Drachen, aber dafür bei etwas vom Drachen. Ich hoffe, das reicht euch auch. Ja, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, die bei Telegram aktiv sind. Und zwar, Rainer hat ja seinen Schadenswert eingereicht, den er glaubt durch den Einbruch in sein Lager und den Diebstahl, der daraus gefolgt ist. Hat er ja dokumentiert. Ich habe mir so nicht alles Punkt für Punkt durchgelesen, aber natürlich ein bisschen was überflogen. Und ja, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Anschließend lesen wir uns die Kommentare vom letzten Video durch, von dem Prolog, sag ich einfach mal, des Podcasts von, was war das? Nee, nicht Religion und der Freiheit. Oder was doch, Religion und der Freiheit. Auf jeden Fall rein das neue Sektenprojekt, wie es lieblicherweise genannt wird. Da er ja leider keine erste Folge rausgehauen hat. Ich meine, er hatte im Podcast gesagt, dass in den nächsten acht Tagen acht Folgen kommen. Hm, wird gelaufen. Deswegen machen wir es einfach hier. Und ja, dann starten wir rein mit dem ersten Ding. Und das ist Zelda-Schwert aus Metall. Ich habe gerade mal gegoogelt den ersten Punkt und ich bekomme sofort eins, was er auch hat. 419 Euro. Also ich weiß nicht, ob er da drauf unterschrieben hat, ob er vielleicht denkt, dass wenn er es benutzt hat, es mehr wert ist. Kein Plan. Flagge Dragonforce. Kein Plan, was das ist. Eine Flagge 10 Euro. Kommt vielleicht hin. Keine Ahnung. Schreck-Maske 50 Euro. Schreck-Maske. Schauen wir doch mal. Ist nicht irgendwo Shopping bei Google? Gibt es das gar nicht mehr, Produkte hier? 15 Euro. 5 Euro. 15 Euro. Ja. 15 Euro ungefähr. Wo die 50 Euro herkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Schweißermaske. 100 Euro? Also wenn mich jemand fragen würde. Würde ich sagen, ja. Das könnte hinkommen. Nee. Die Billigsten fangen bei 32 an und gehen auf 72 hoch. 45. 1,80 Euro. Okay. Also jetzt nur Atemschutz. Aber ja. Hier kann man auch wieder die Hälfte wegstreichen. 46 Poster mit Abbildung des Drachendorts. Wenn man... Okay, das sind so ungefähr 20, 25 Euro. Ja, okay. Für die... In dem Wett hat er sie verkauft. Von mir aus. Samurai-Schwert 100 Euro. Könnte sein, wenn es ein gutes ist. Aber er meint aber nicht sein. Äh... Breitschwert, oder? Das ist ja kein Samurai-Schwert. Ja. Ein Dildo auch am Start für 20 Euro. Keine Ahnung. Ordner mit Finanzunterlagen. Da dachte ich mir sofort... Wie kann man dem einen Wert zuordnen? Ich meine, der Ordner... Wie viel kostet der? 2 Euro oder so. Warum sollten seine Finanzunterlagen 18 Euro wert sein? Habe ich nicht ganz verstanden. Eingrabtes Bild mit Logo Drachendort. Ein Rahmen. Je nachdem, was es für einer ist. Lass ihn 20 Euro kosten. Und das Logo, ja. End oder so. Keine Ahnung. Auch wieder wahrscheinlich... Weil es reiner ist. Keine Ahnung. YouTube Silver Creator Award. 2000 Euro. Ich meine... ...dass es Leute gibt, die den verkauft haben. Bisher. Price. Gibt nicht viele, weil alle... Niemand verkauft. Hier auf Amazon. Da kostet der 85 Euro. Okay, das ist nicht der echte. Sagen wir mal. Ich würde sagen... Objektiver Preis dafür natürlich... Die 2000 Euro werden eher sein... ...emotionaler Wert sein. 100 Euro oder so. Jagdmesser. Kann sein. Je nachdem, was für eins es ist. Aber ich habe 100 Euro für... Ich meine, Jagdmesser sind ja ziemlich klein. Sind ja nur zum Ausweiden da. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. So, weiter geht's. Keine Ahnung. Irgendein Messer. Wieder 100 Euro. Kein Plan. Vorhammer aus Plastik. 50 Euro. Vor... Hammer... Plastik. Da sagt ein Otto dazu. Wie viel wollen die auf Otto haben? 125 Euro wollen die dafür haben. Ist das... Ist der Bum so teuer? Amazon. Okay, da hat er sogar ein bisschen runtergegriffen. Naja. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder Thorsthammer vielleicht. Das ist okay. Das ist glaube ich ein bisschen besser. Bierzeug. Der Bumse, der kostet 115. Okay. Anscheinend ziemlich teuer, der Scheiß. Wieso auch immer. Bilder aus der Schule. Achte Klasse. Des geschickten Winklers. 5 Euro. Kein Plan, warum die Bilder jetzt 5 Euro emotionalen Wert haben. Aber seine Finanzunterlagen nur irgendwie schon 45. Keine Ahnung. 4 Kassetten einer alten Kamera. Warum sollte eine Kassette 25 Euro kosten? Flasche mit roter Flüssigkeit in Klammern Drachenblut. Ich kann mich nicht erinnern, dass er die irgendwann mal gezeigt hat. Also ich kann mir darunter jetzt gerade nicht wirklich viel vorstellen. Greenstream 30 Euro. Ich hoffe, die kosten 15 oder so. Taschlampe mit Laserpointer. Kommt wieder drauf an, was für eins. Aber für mich, dass er eigentlich 18 Euro hatte. Selbsterstelltes Kissen 20 Euro. Ist eigentlich auch okay. Wenn man es ernst meinen würde. Uhu, stopft er dann wieder 10 Euro. Wieso auch immer. Aber so ein Echo Dot kostet, glaube ich, keine 60 Euro mehr. Und ja. Ich glaube, das Ding, was er da hatte. Wahrscheinlich erst recht nicht. Bärnglas 20 Euro konnte sein. Provisie Album. 10 Euro. Okay, wir machen weiter. Konfirmandenbuch des Geschädigten. 10 Euro. Chemcorder Legere Mini. 200 Euro. Könnte sein. Chemcorder haben wieder nur 20 Euro. Okay. Navigon-Navigationssystem. 70 Euro. Gesamtwert 4.800 Euro. Und dann glaube ich hier noch ja. Der geschätzte Zeitwert wurde von den Schätzungen des geschädigten Winkler übernommen. Der sich teilweise ergebende höhere Zeitwert als der Neuwert wird durch die Geschädigten, durch die Rolle des Drachenlords begründet. Natürlich, ich finde beim Reiner irgendeine Gabel, die ist dann plötzlich 20 Euro mehr wert. Man kennt's. Es ist ja die Frage, wen hat er angezeigt. Laut Johnsonwatch ist es vom Polizeihater. Ich meine, er hat Klontor beschuldigt. Und das ist ja im Game auch so, ja, zum Teil anerkannt, sag ich einfach mal. Ich will mich dazu gar nicht äußern. Aber dass es Klontor war. Ich meine, er stand da auch. Natürlich, wird er machen. Aber ja, das ist halt der einzige Anlasspunkt der Polizei. Also wird das wahrscheinlich an Klontor gehen, würde ich es einfach mal behaupten. Er ist ja quasi im Internet öffentlich einsehbar. Deswegen sollte die Polizei auch herausfinden, wo er wohnt. Deswegen werden wir es wahrscheinlich früher oder später herausfinden, ob bei ihm was eingeflattert ist. Und sonst wird mir nur noch Mimon einfallen, dass er ihn einfach so angezeigt hat, dass er sich kommen. Wenn es einer war, dann der. Er hatte noch keine neuen Videos hochgeladen. Deswegen kann man das noch nicht sagen. Aber wenn, dann wird das wahrscheinlich in einem seiner neuen Videos sagen. Das war die Liste da. Die Hälfte ist für mich nachvollziehbar, wie hier das Kissen. 20 Euro, so viel kostet der Bums halt. Aber einige Sachen wie die Kassetten für 100 Euro, kein Plan. Mein Rainer hat ja nicht mal geschrieben, dass es emotionalen Schaden bei ihm ausgelöst hat. Sondern dass die Sachen halt so viel wert sind, weil es der Drachenlord ist. Also, ja. Gut. Schreibt dazu auf jeden Fall mal irgendwie meine Kommentare. Und wir gehen in die Kommentare vom Sektenvideo. So, also, ich kann ja, während ich aufnehme, den Ventilator nicht laufen lassen. Und ich habe jetzt acht Minuten geredet. Also acht Minuten ohne Ventilator nicht möchte, dass so am Sterben ist. Es ist wirklich, ich verstehe nicht, wie man den Sommer mögen kann. Ach, naja. Ich glaube, ich habe deswegen schon oft genug rumgeheult. Deswegen, ich habe noch keine Kommentare gelesen von diesem Video. Habe ich mir aufgespart für das Video hier. Oder besser gesagt für Part 1 Podcasts, der aber, wie er erwarten nicht kam. Deswegen schauen wir mal, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht zum kurzen Kontext, falls es einen Leute gibt, die das nicht gesehen haben, was Rainer gemacht hat. Er möchte eine neue Kommune gründen. Aber nicht Kommune der Freiheit, sondern ich glaube, es war Religion der Freiheit. Auf jeden Fall quasi die Kommune der Freiheit. Nur, er will es nicht spirituell oder irgendwie doch schon, aber nicht direkt spirituell begründen, warum er es machen möchte. Sondern jetzt wirklich strikt nach Religion. Also ja, er ist quasi, ja, eine Stufe höher gegangen und will sich als, ja, Messias darstellen. Gut. Simon Drache, immer ein sehr gern gesehener Gast auf diesem Kanal. Ich habe Tränen in den Augen, Rainer 2.0, nun wird alles gut und wir finden uns in Liebe. Ja, spätestens werden wir uns alle in der Kommune treffen, oder? Der Glaube kann Arschgewege versetzen, sagt man in dem Skirchen, tatsächlich sogar. Sobe 2.0, Namenvorschlag, Rheintology. Für das höchste Wesen ist eine eigene Sekte einfach der nächste konsequente Schritt. Stimmt eigentlich, ne? Ich meine, Rainer ist ja das höchste Wesene und ohne Anbeter, die einer Religion folgen, die nicht mehr der Drachenarmee ist, ist es schwierig, so eine Religion oder so, das höchste Wesene, besser gesagt, zu bleiben. Egal, seinen Verstand hat er schon vor vielen Jahren verloren. Ja, ja. Ich muss da hart lachen, weil dir das Wort Moral nicht einfiel. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was genau da war. Aber es ist mir öfter so, dass mir Sachen nicht einfallen, dann sage ich einfach Ding. So. Allgemein bekannt. Neue Drachenlord, ja, keine Ahnung, wer das ist. Glaube an Republic of Germans und an die Kirche der Heiligen Wagaga. Also wenn er das bringt, was sich Republic of Germans nennt, das ist eine neue Religion, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, diese Autoren auch immer, ne? Diese Autoren. Sieht man ja vier Monate schon. Kaffnir, K4, bester Mann. Mr. Beautiful, zehn Monate. Das ist... Wie lange bin ich jetzt wieder seit... Alter, schon 18 Monate, ne? Ich glaube, Januar letzten Jahres habe ich angefangen wieder. Ja. Meine Fresse. Rainer ist gefährlich. Jeder, der das nicht sieht, dem kann man eigentlich nicht mehr helfen. Ja. Aber ich kann auch die Gegenseite verstehen, die sagt, ja, Rainer ist ein Dulli, der ist dumm wie Scheiße. Was soll er denn machen? Aber leider gibt es sehr viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Ich lasse mich schon Jahre von Rainer belabern und noch nie klang einer seiner Ideen gut für mich. Was stimmt nun nicht mit mir? Also Alfonso, Zitterbacke. Ich glaube, ich muss dich einfach bannen. Also wenn du so wenig mit Rainer interagieren möchtest, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Diese Vorteile unseres Glaubens, Steuerfreiheit und staatlicher Zuschuss zum Beispiel. Stimmt, ne? Du kannst das... Klar, du kannst das als eingeklanger Verein machen. Ja, klar. Bei Maurer, du bist ja was auf der Spur. Der Istreder vollkommen bald auf jeden Fall. Worum geht's bei meinem Glauben ums Bumsen? Ja. Er möchte seine Sexualstraftaten einfach mit Radikon begründen, um der Strafe zu entgehen. Das geht ja zum Glück in Deutschland nicht, aber ich würde mich nicht wundern, oder es würde mich besser gesagt nicht wundern, wenn Rainer das wirklich in Erwägung ziehen würde. Er möchte King Telemedial Thomas Hornow ablösen. Das ist doch der, der diesen komischen T-Tock-Tanz gemacht hat, ne? Und der irgendwie sich selbst König von Deutschland nennt oder sowas in der Art. Wir werden uns darum kümmern, Atom-Professor. Seit einem Jahr, bester Mann. Ich lege das in deine Hände, okay? Urga ist immer ein guter Kommentar. Nackt sein, verfügbar sein, für den Lard arbeiten. Genau aus diesen drei Geboten besteht seine Religion. Vielmehr wird er nicht mehr kommen, was wir nicht von ihm schon kennen. Also es würde mich... Ich meine, Rainer ist ja immer... Wie soll ich das am besten sagen? Rainer liebt es ja immer, seine Regeln überall aufzuschreiben, ne? Dass sich auch ja jeder dran hält. Und ich glaube, er wird auch irgendwas in A10 geboten, raushauen. Er wird irgendwas in der Richtung raushauen. Er gründet jetzt Colonia Mednidad. Kein Scherz. Also Hütti, ich werde den Namen im Hinterkopf behalten. Wenn das stimmt, dann... Kürze zwei Wochen Bonn oder so. Gott gewollte Ordnung, in diesem Fall Rainer gewollt. Es geht aus der Idee heraus, menschliches Handeln ist zum Teil irrational und demnach... Und dem Folge nach nicht alles, was in religiösen Schriften geschrieben ist, ist rational, aber trotzdem befolgt werden sollte. Ich glaube, ich hatte irgendwas in der Richtung erwähnt, ne? Auch schon seit einem Jahr. Und... Pornuts are great. Ja, finde ich auch. Weiß noch nicht, wer Pornuts ist, aber er ist bestimmt great. Jetzt geht's los in seinem hageldomen Klüterkopf. Mich braucht er nicht überzeugen. Ich bin fest im Glauben des Hates. Handlungen werden erst dann positiv oder negativ. Blablabla. Joa ist so ein Ding. Wenn ich Frauen ohne ihr Wissen betatsche, ist es dann noch positiv. Frage für einen Freund. Ist Ausleerungssache, ne? Sehen wir dann im ersten Gericht in der Kommune, wie Rainer das rechtfertigt. Das hat eben doch irgendjemand eingeredet. Da geht's nur darum, die Hater zu triggern, damit er im Gespräch bleibt und es funktioniert. Ja. Ich verstehe deinen Punkt. Es funktioniert sehr, sehr gut, weil es ist einfach krass. Es ist jetzt nicht mehr... Bei der Kommune war das ja so. Er hat sofort gesagt, das ist keine Religion oder sowas. Wir sind alle gleichberechtigt. Wenn er dann plötzlich sagt, er wird eine Religion machen, natürlich springen alle drauf an. Dafür muss man, glaube ich, kein Paketenwissenschaftler sein, um das vorauszusehen, dass wenn Rainer sowas droppt, dass sofort das Internet brennt. Hast du ein neues Mic? Nein. Aber es könnte sein, dass das Mikrofon sich ein bisschen komisch anhört. Ich hatte es ja in dem Video davor gesagt. Ich bin irgendwie mal mit dem Stuhl drüber gefahren oder so. Und das USB... Wie heißt das? USB-Metall oben. Also nicht... Ihr wisst alle, was ich meine. Was suche ich überhaupt zu erklären. Ihr wisst alle, was ich meine. Das hat sich reingebogen. Und ich habe es halt mit einer Gabelrückseite oder was das auch immer war, wieder gerade gebogen. Kann sein, dass das Mikrofon sich ein bisschen anders anhört. Medel, Herr Müller. Bei Müller muss man immer ein Herzchen geben. Das ist wichtig. Was Religionsgemeinschaften Menschen geben, ist... Also, ich meine, ich bin dumm. Stabilität und Kontinuität am allerwichtigsten. Wenn du weißt, deine Kinder übernehmen dein Erbe, lernen deine Arbeit, deine Wege, gibt es dir viel Sicherheit. Und es sind deine Werte, selbst wenn du sie übernimmst im frühen Alter, du wächst praktisch in sie hinein. Reiner ist dumm, er schreibt nur die Freiheiten und seine triebgesteuerten Fantasien. Wenn es zur Verantwortung kommt, ist er entweder Lord Korea oder er schmeißt dich raus. Am Anfang habe ich ja gesagt, es gibt Menschen, die aus dem Glauben Kraft und Richtung ziehen. Das ist auch vollkommen cool, wenn ihr da religiös seid oder an irgendwas anderes glaubt. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Macht das auf jeden Fall. Wenn euch das Kraft gibt und einfach hilft im Leben, auf jeden Fall. Natürlich, solange ihr keinen anderen beeinträchtigt, sollte klar sein. Habt ihr auch manchmal Situationen? Ich denke, es heißt Situationen, oder? Auch schon seit einigem, war der so. Die Zeit ist so gerannt, ne? Die Zeit ist einfach so gerannt. Erklär mir bitte, wie eine junge Frau sexisch sein soll. Erstmal, Reiner ist, glaube ich, keine junge Frau mehr. Hatte er mit Mona Sex? Es gab es, ich habe mir nie Videos angesehen, wo Reiner sexuell interagiert, sage ich mal. Aber ich meine, dass es Videos davon gibt, wie die Sex haben. Und was mit, hieß sie Jessica, Ende letzten Jahres, wo er in Berlin war? Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas gibt, keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt antworten müsste, würde ich sagen, Reiner ist keine junge Frau. Und wie sie sexuell sein kann, ich meine, Sexsucht ist dann eher so der Oberbegriff davon, einfach sich dauerhaft selbst befriedigen zu wollen. Dazu muss man nicht unbedingt wirklich richtigen Sex praktizieren. Naja, kann es natürlich anders umschreiben, aber wir wissen auch alle, dass es stimmt. Seine Sexualität ist definitiv nicht normal. Und wie wir alle festhalten müssen, auch hochgradig gefährlich. Allein, dass jeder Satz was mit Sex zu tun hat, ich würde es eine Sexbesessung nennen. Ja, ist vielleicht ein besseres Wort, aber ja. Ich denke mal, wenn jemand sagt, jemand ist sexsüchtig, dann weiß der ruhig jeder, was gemeint ist. So. Und ja, auf jeden Fall, gefährlich ist sie auch. Er ist das höchste Wesen, er kann alles am besten, selbst Chuck Norris hat ihn bei ihm gelernt. Würde mich, by the way, nicht wundern. Eine Minute, da müsste gerade der Podcast angefangen haben? Ja. Na Mensch, Reiner, da hätte er sicher was einzigartig ausgedacht. Den wohl generischsten, einfallslosen Namen, den man überhaupt hätte wählen können. Dafür hätte er bestimmt einige Tage angestrengt nachdenken müssen. Und als Belohnung für die Anstrengung gab es Pizza vom Lieferdienst. Oh, da will was hoch, Moment. Doch nicht, doch nicht. Fixende und Kaktuschen im Anschluss. Ja, ich meine, er hat ja einfach den Namen übernommen, ne? Aber ja. XY der Freiheit. Ja. Ja. Aber mehr hätte ich noch nicht zugetraut. Jenseits von Gut und Böse auf jeden Fall. Ja, Reiner ist auf jeden Fall weder gut noch böse. Die Drachenreligion, wo es das höchste Wesen angebeten wird. Also ich kann mir echt vorstellen, dass Reiner solche Fieberträume hat. Wo sich wirklich denkt, Alter, die werden mich bald alle anbeten. Und ja, keine Aida mehr. Feuerfreies Leben. Soll ich aus. Klingt halt auch schon seit einem halben Jahr. Melle zurück, mein Freund. Stimmt, die war ja, oder er, weiß ich nicht genau. War auch schon bei Streams dabei. Ende vor einem Jahr, ne? Ach du Scheiße, es ist so krass. Es ist wirklich... Also wenn man mal etwas protokolliert in der Zeit verrennen lässt. So was wie im YouTube-Kanal, ne? Ich meine, die Videos, man sieht, wann sie hochgeladen wurden. Das ist echt erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Meine Güte, du meinst, dass Judentum als weiter groß stimmt. Ich hatte gesagt, glaube ich, Christentum, Buddhismus und den Islam. Natürlich das Judentum, ne? Natürlich. Ist mir einfach nicht eingefallen. Und du meinst, Mormons stimmt. Was, was hatte ich nochmal gesagt? Was habe ich gesagt? Mongolen oder so. Ich war, glaube ich, bei Mongolen oder so, ne? Ganz mit den Takes gebracht. Das sind religiöse Gruppen innerhalb einer Religion mit teilweise sektenähnlichen Strukturen. Dazu können zum Beispiel die Zeugen Jehovas, Adventisten. Solche religiöse Gruppen, Sekten gibt es in allen großen Religionen mal mehr, mal weniger fundamentalisch. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Natürlich, sowas wie die Mormons oder Zeugen Jehovas sind natürlich keine eigene Religion. Sondern, ich glaube, ich habe es Subreligion genannt oder so. Ja, aber dann gibt es richtig Stellen. Judentum natürlich. Und es sind Mormonen und nicht Mongolen. Früher war es Judene, jetzt bin es ich. Der Klassiker. Keine Eier, den Scheiß Islam zu erwähnen. Habe ich doch gemacht, oder? Habe ich nicht Islam genannt. Auf jeden Fall Islam, Christentum, Buddhismus und das Judentum. Ich gebe absolut recht. Dieses weder gut noch schlecht gelaber hört sich für mich wie ein Freifahrtschein für seine Abartigkeit an. Ja, ich habe dich angefasst. Für mich fühlt es sich im Moment gut an. Kann ich doch nichts dafür. Wenn dich in Nachhinein schlecht fühlst, könnte ich ja morgen früh schon wieder kotzen. Erstmal einen Kaffee trinken und runterzufahren. Ja, das meine ich. Vor allem Rainer wird ja wieder komische Verträge wieder machen. Wisswahrscheinlich, wie man das in der Kommune halt so macht. Und wenn Rainer weiterhin will, dass man sein ganzes Hab und Gut der Kommune spendet, dann bist du gegen Rainer wirklich, du setzt dein Leben in seine Hände. Und wenn du sagst, ey Rainer, also wir stimmen jetzt ab, ob das gut oder schlecht war und das war für mich schlecht, dann fliegst du da raus. Und du hast dann nichts mehr. Du hast dein ganzes Geld der Kommune gegeben. Du hast dich wahrscheinlich noch andersweit verpflichtet. Also ich hoffe einfach, dass es wie die Kommune der Freiheit einfach ins Leere verläuft. Du hättest als Thumbnail Rainer in einem Pubs-Outfit zusammenbasteln sollen. Auch Monate. Ja, aber dafür... Also die Thumbnails, die ich mache seit ungefähr einem Jahr, die sind nicht gut. Aber ich glaube, das ist so das Maximum, was ich künstlerisch auch bieten kann. Er ist sechs, nicht vier Monate zurück zurück, eigentlich neun. Ja. Metal Bubbles. Metal... Äh, Moin und Metal. In der Tat lag... Auch schon elf Monate. Ja, da ist mir wieder der Hunger vergangen. Kann der Buttergolem sich nicht einfach aus dem Ende löschen und für seine Taten eingestehen? Er weiß doch nicht mal, dass man für eine Region klare Strukturen und eine Menge Mitglieder braucht. Am besten die ganzen Freunde aus Denken mobilisieren, ja. Warum die Freunde aus Denken? Und der letzte Kommentar schon. Ich bin's, 8145. Moin, passend zum Kaffee. Sehr schön, dass dir der Morgen nicht ab dort geschmeckt hat. Irgendwelche bösen Kommentare. YouTube fand alles okay. Ja, erstmal danke an jeden, der kommentiert hat natürlich, ne. Wie immer. Ja, ich denke, wir sind uns alle einig. Und hoffen, dass es einfach nur, ja, Ragebait ist. Einfach damit er... Vielleicht macht er es einfach jetzt zwei, drei Parts und ist dann wieder weg. Einfach, weil er Angst hat, am 1.1., wenn er wieder streamen darf. Wer weiß, vielleicht darf er es auch gar nicht gerade. Dass er da halt noch genug Leute hat, die seinen Namen noch kennen. Gut, ich hab viel zu lange gelabert schon wieder. Tut mir wirklich leid. Danke an alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Und dann sehen wir uns, ja, bei irgendeinem Video. Wisst schon. Oder spätestens, wenn Rainer wieder eine Podcast-Folge hochlädt. Ich bin sehr gespannt, wenn er näher auf das Ganze eingeht. Und dann wird es wieder, wie hier, ein Video oder ein Video mal schauen, geben, wo wir drüber sprechen, in den Kommentaren. Über eure Kommentare. Deswegen haut gerne rein in die Kommentare. Bei den Podcast-Folgen zumindest. Und dann sehen wir uns. Ja. Baut rein.